Das Dämonentor, durch das Asmodan die Hölle in diesen Krater gebracht hat, liegt in Trümmern. Ich werde die Sündenherzen zerstören, die seine Armeen versorgen und mich dann dem Herrn der Sünde selbst stellen. Ich kann den Ton dieses Frauenzimmers nicht leiden. Gebieterin der Lust, ich benötige eure üppigen Dienste. Ich weiß nicht, welche fleischlichen Gemüsten ihr euch gerade in den brennenden Höllen hingeht. Aber reißt euch los davon und bringt eure Töchter mit. Seht euch vor, die Feindin ist ebenso listig wie Stark. Doch die Sterblichen waren immer schon leichte Weite für euch, nicht wahr? Ich habe genug Arcankraft. Nur Was ist das? Eure Grabwartet! 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 Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nicht gerechnet, oder? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. 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 Dieser Ort ist abscheulich. Das war's für heute. Das war's für heute. Die armen Dinger leben ein Leben endloser Qualen. Das war's für heute. Das war's für heute. Diese Feinde sind... Das war's für heute. Ich laber... Ich laber... Das war's für heute. 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 Was finde ich so vielOTH Was tut... Da... All der Schmerz... Und das Leid. Das ihr aushalten müsst. Ihr müsst aufbrennen, mich zu sehen. Das war's. Wie tief geht dieser vermaledeite Turm? Ja, ich bin zur Musik. Die Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Die Kreaturen werden nicht leicht zu besiegenen. 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 Oh, ihr seid so eifrig. Ich denke, ich sollte mich wohl vorstellen. Ich bin Sibir, die Bieterin der Lust, als mir ganz gemahlich. Oh, wie belebend. Spielt mit meinen Töchtern. Ich möchte euch nicht ermüden. Ich kann spüren, wie das Blut aus dem Sündenherz strömt. Dafür werdet ihr büßen. Ich bin Sibir. 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 Ich bin Sibir.